so leute da sind wir wieder eine neue runde mario kart 8 deluxe auf der switch wenn den letzten part gesehen hat reden wir ja nicht weiter davon ja vergessen wir nicht wir gehen direkt rein wir haben 3083 punkte auf geht's so da sind wir jetzt im gegensatz zum letzten part nur den fahrer hier wechselt die fahrerin weil der sie hatte nicht auf tasche gehabt also die ging nicht die waren nicht tragbar jetzt sehen wir mal unsere liebe prinzessin seht ihr hütlos aber naja noch ist ja nicht alles verloren hier hopfen und malz man ich könnte mal richtig aufregen über den scheiß hier falk unter dem rasen ich frage mich warum das nicht läuft ich hab das schon auf der switch gespielt da war das auf der view da war das auch nicht so so schlimm das war einfach scheiße wie ja Zieh durch! Nein, Mann! Auch nur Zehnter! Ich raff das nicht! An der Uhrzeit! Das ist schon so spät das hier und einfach... So, jetzt auf den Flughafen! Jetzt klappt das! Muss ja! Jetzt hört doch mal auf! Das kann doch alles nicht wahr sein! Das ist schon so spät. Man, jetzt hör doch mal auf mit deiner Scheiße da! Jede Runde ist hier... Ne, was sagt ihr denn? Jetzt mal... Jetzt mal... Einfach so aus dem Bauch heraus! Ist doch kacke, oder? Also... Ist nicht schön! Dann mach mal... Schön umschrieben! Oh, ja! Also... Ich bin's. Ich bin's. Oh, das war! Ich bin's. Ja, ich bin's. Das war's. Ich bin's. Ich bin's. Und dann sind wir immerhin Sechster. Ach, da schon. Und, 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 Fünfter. Ja, das ist ja seit gefühlt 100 Rennen, ne, über drei waren wir nicht, äh, äh, der beste Platz. Besser kann's nicht mehr, besser geht's nicht. Bin jetzt ruhig, ja. Ein leichtes Schmunzeln, bringt das mir in die Sicht, ja, zaubert, zaubert. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Nein, was ist denn da los? Warum? Und warum denn auch noch hier hoch? Jetzt wähl doch mal. Die Rüstung wird dir ne Scheiße hier. Boah. Da war ich ja auch wieder selber schuld, ja. 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 Ach, siehnt da. Aber was war denn das da am Anfang? Da mach ich da eine Scheiße. So Leute, das Spielrennen machen wir noch. Haben wir hier irgendeine schöne Winterlandschaft? Was ist das? Würde ich schon mal erfahren? Hier als online? Nö, oder? Nö. So bin ich. Premiere? Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Jetzt gibt es da direkt mal ein roter. Und da sind wir wieder im Mittelfeld. Jawohl. Mann. Warum mit deiner Tröte da? Drecksack. Dann wollte er sie einsetzen, habt ihr gehört? Beziehungsweise, der hat sie eingesetzt. Aber uns zum Glück nicht getroffen. Oh ja, ein Feuer. Warte, kann man abkürzen. Ich bin mal. Musik Mann, ich bin nur am Rand gefahren Oh, ganz knapp Ich werde am Ende immer zu ruhig Oh, wieder über 3100 Punkte Mensch, Hoffnung So, Rene machen wir noch Letzte Runde, Leute Peach, gib dein Bestes Aber ist ja auf jeden Fall schon mal besser als Daisy Nee, konntest du ja richtig verheißen Das war doch auf Garantie, sei ja meiner Den ich abgefeuert hab Mann Aber ist ja noch nicht vorbei Peach räumt wieder von hinten auf Nein Den Zaun gefahren Hm jawohl vierter war auf jeden fall in die ganze ecke eine ganze klasse besser als sie vielen dank leute fürs zusehen ich wünsche euch einen schönen abend gute nacht guten morgen auf jeden fall einen schönen tag macht's gut vielen dank fürs zusehen wie gesagt und wir sehen uns bis dahin tschüss ciao auf wiedersehen